Was ich mache, da bin ich halt dahinter. Hinfallen kann jeder. Aufstehen sind wenige, die immer wieder sicher wieder hoch schaffen. Und das war eigentlich mein Ziel und meine Stärke. Ich habe ja ein paar Mal eine Olympiamedaille, Weltmeister und noch einmal Weltmeister. Das war schon ein tolles Gefühl. 82 Kilo, Kampfgewicht. Seit über 40 Jahren. Adolf Seeger hat in seinem Leben niemals geraucht, keinen Tropfen Alkohol getrunken. Das passt nicht zu einem Sportler, sagt er. Adolf Seeger hat eine klare Linie. Dazu ist, dass viele Sachen passen müssen. Kraft, Technik, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Aber im Endeffekt ist die mentale Stärke, wenn es hart auf hart geht, immer entscheidend. Der Kopf macht Kräfte frei. Als sechstes von zehn Kindern wächst Adolf Seeger in Freiburg auf, in kleinen Verhältnissen. Über den Vater kommen die sechs Söhne zum Ringen. Adolf wird der erfolgreichste von ihnen. Sein Vorbild, Bruder Edmund, Olympiateilnehmer von 1960. Der Erfolg des großen Bruders spornt Adolf an. Nach körperlichen Rückschlägen kämpft er sich ganz nach oben. Sein größter Erfolg, der Weltmeistertitel 1975 in Minsk. Er hat sich in den letzten Jahren geholfen. Ich saß am Morgen um vier im Bett und habe geheult. Das war wahnsinnig. Das konnte man nicht fassen. Der erste Gedanke war dann der Vater. Was denkt der Vater? Ausgerechnet der Kleinschaft, der Saathelf, hätte das alles geschafft. Das war schon unglaublich. Sein bester Freund ist Bernd Fleick. Als Kinder haben sie im gleichen Verein gerungen und das tun sie auch heute noch. Wenn er verbal nicht mitkommt, dann geht er brachial auf mich los und boxt mir bald die Schulter weg. Oder ist er grob, manchmal ein bisschen grobschlechtig. Aber in Wirklichkeit ist er sehr sensibel und nicht weichherzig. Mit Sport Gutes tun, das ist sein Ding. Väter Söhne Sport in einer Kindertagsstätte. Eines der ehrenamtlichen Projekte, für die sich Adolf Seeger engagiert. Und er sammelt Spenden für die Kinderkrebshilfe. Mit 35 Jahren ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Weltmeister, Bronze in Olympia. Doch Adolf Seeger will mehr. Gold bei den Olympischen Spielen in Russland. Dann das Bittere aus. Deutschland boykottiert die Spiele aus Protest gegen den Einmarsch der Russen in Afghanistan. Ich habe mich gefunden bis zum Erbrechen. Ich habe ganz extreme Sachen gemacht, um den besten Zustand zu haben. Und dann kam das große Desaster. Mein Lebensziel war noch Olympiasieger. Das ist mir einfach nicht vergönbarer. Mittlerweile ist Adolf Seeger aus dem aktiven Sport ausgestiegen. Nach zehn Weltmeistertiteln bei den Ringer-Veteranen. Der alte Opel GT, ein Stück Adolf, sagt er. Der gehört genauso zu ihm wie Adolf Seeger zum Freiburger Strandbad. Bei schönem Wetter ist er täglich hier und spielt Tischtennis. Der Sport steht bei ihm an erster Stelle. Dafür ließ er sogar eine Filmrolle sausen. Der Filmtitel hieß, mein Name ist Nobody. Er hätte so acht Wochen nach Spanien gearbeitet. Das hat sich dann mit den Vorbereitungen für Teheran, für die Weltmannschaft, verschnitten. Dann muss ich die Leiter absagen. Im Olympiastützpunkt in Freiburg sind seine wichtigsten Trophäen ausgestellt und erinnern an seine Erfolge. Doch es gab auch schwere Zeiten, im Sport und privat. Vier Geschwister hat Adolf Seeger schon verloren. Wer aufhört zu kämpfen, hört auf zu leben. Das hat schon was. Es gibt immer wieder mal Niederschläge. Aber aufstehen ist wichtig, immer wieder. Ich habe vieles sehen müssen und dürfen in der Welt. Das macht demütig. Ich habe vieles. Das war ganz schlimm. Aber es ist in Ordnung. So wie es ist. Sein Lieblingsort, das Fitnessstudio. Lieber sich verbrauchen als verrosten, das ist sein Motto.